Hallo meine lieben Ananasien und willkommen zum Eldaria Halloween Event 2022. Es gibt mal wieder ein bisschen Text, deswegen bin ich am Start. Ich weiß noch nicht so ganz, worum es gehen wird, aber das werden wir jetzt zusammen erfahren. Die Nacht hatte sich soeben über die Ebenen von El gesenkt, als der Himmel plötzlich von einer Horde heulender Geister heimgesucht wurde. Perplex hatte ich meinen Spaziergang unterbrochen und war zum Hauptquartier zurückgerannt, um die Lichtgarde zu warnen. Ein derartiges Spektakel hatte ich noch nie zuvor gesehen. Huang Hua, Huang Chu und die Jungs sind bereits im Beratungssaal. Alle machen ernste Gesichter. Wie es aussieht, komme ich bereits zu spät. Huang Hua, was ist los? Ich habe Gespenster am Himmel gesehen. Es sind Hunderte. Ich glaube, sie kommen, um uns anzugreifen. Das ist die wilde Jagd. Normalerweise kommen sie hier nie vorbei. Die wilde Jagd? Ist das nicht eigentlich von The Witcher? Heißen die nicht auch die wilde Jagd? Dass sie sich dieses Jahr für eine andere Route entschieden haben, dürfte uns ja nicht weiter verwundern, oder? Ich meine, auf eine Anomalie mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, in der Tat. Entschuldigung, aber was genau ist die wilde Jagd? Das ist ein Ritt, der einmal im Jahr stattfindet und bei dem sich Gespenster versammeln, die nach Rache und Tod dürsten. Ich schlucke schwer. Das Besondere an diesen Geistern ist, dass sie am liebsten Seelen jagen, deren Zeit noch nicht gekommen ist. Wird ja immer besser. Als du ankamst, waren wir gerade dabei, einen Plan auszuarbeiten, um ihren Kurs umzuleiten. Ich bin noch später dran, als ich dachte. Da du schon mal hier bist, Wuli, könntest du uns vielleicht behilflich sein. Unsere Idee ist es, sogenannte Lebenspuppen herzustellen. Ich habe gerade erst Suppen gelesen und da dachte ich also, hä? Nee. Dir wird auffallen, dass die Gespenster, die an der wilden Jagd teilnehmen, die unangenehme Angewohnheit haben, Knochensplitter ihrer Beute zurückzulassen. Charmant. Eine ärgerliche Tendenz, die uns aber letztlich nützlich sein wird, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Tat, schön zu sehen, dass du mir ausnahmsweise mal zuhörst. Lenz drehte sich zu mir um und erklärte mir, was vor meiner Ankunft besprochen wurde. Der Plan besteht darin, diese Knochensplitter zu sammeln und Huang Chu zu bringen. Da fehlt ein Buchstabe, um sie wieder zusammenzusetzen. Im nächsten Schritt können wir dann Lebenspuppen herstellen. Mit selbstgefälliger Miene blickt er zu Huang Chu hinüber. Ja, aber sie werden erst dann zu echten Lebenspuppen, wenn man jeder von ihnen einen Lebensfunken einflößt. Und wenn euch euer Leben lieb ist, überlasst ihr diese Aufgabe mir. Ja, selbstverständlich. Wuli, deine Aufgabe wird es sein, die Knochensplitter zu sammeln und wieder zusammenzusetzen. Die Jungs werden dir dabei helfen. Huang Hua, bist du sicher, dass du den Rest der Mission den Purekos anvertrauen willst? Ich habe vollstes Vertrauen in sie. Matthieu und ich sind bei unserer Ankunft auf Pural und Pureru gestoßen und die beiden wirkten ziemlich durch den Wind. Das ist noch untertrieben. Pureru zitterte vor Angst und Pural suchte nach einem Weg, sich vor der Mission zu drücken. Auf meinen fragenden Blick hin ist es diesmal Nevra, der die Situation aufklärt. Sobald die Lebenspuppen fertig sind, dienen sie als Lockvögel und die Purekos gehen los, um sie im Halloweenland zu verteilen. Die Purekos werden tun, was von ihnen verlangt wird. Alle haben Angst, aber sie wissen auch, welchen Schaden die Geister bei der wilden Jagd anrichten könnten, wenn sie das Hauptquartier angreifen. Gut, dann müssen wir uns nur noch an die Arbeit machen, oder? Okay, was müssen wir tun? Äh, 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 gibt's gar nicht, fragst du doch da. Knochensplitter. Schicke deinen Gefährten auf Expedition, um Knochensplitter zu erhalten. Wenn du genug beisammen hast, kannst du sie in zusammengesetzte Knochen verwandeln. Deine Knochensplitter werden in der ersten Anzeige gespeichert. Für jeden erreichten Zwischenstand wirst du mit einem Item des Outfits Bone Guardian belohnt. Wenn das Glück dir hold ist, bringt dein Gefährte sogar ein Ei des epischen Shaw-Babat mit nach Hause. Zusammengesetzte Knochen. Um zusammengesetzte Knochen zu erstellen, musst du sie erst in Knochensplitter eintauschen. Okay. Als nächstes kannst du in einem Minispiel Lebenspuppen herstellen. Füge dazu so viele identische Stücke wie möglich zusammen. Die Lebenspuppen, die du erhältst, werden in einer zweiten Anzeige gespeichert. Jeder erreichte Zwischenstand wird mit einem Item des Outfits Banshee belohnt. Lebenspuppen. Wenn du 500 Lebenspuppen zusammen hast, kommen die Purékos vorbei, um sie auszuliefern. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern, doch das Warten zahlt sich aus. Denn für jede abgeschlossene Lieferung und jeden erreichten Zwischenstand erhältst du ein Item des Outfits Ghost Hunter. Wenn du möchtest, kannst du auch Lebenspuppen im Paket kaufen. Extras. Uh, hübsch. Für 1500 Aufladepunkte erhältst du das legendäre Outfit Death Fairy. Wähle deine Lieblingsfarbe und finde die Farbvarianten im Shop. Alle kreierten und ausgelieferten Lebenspuppen werden darüber hinaus in der Gemeinschaftsanzeige deines Servers gespeichert. Sobald diese Anzeige 100% erreicht, erhalten alle Wächterinnen... Eigentlich ist das ziemlich falsch, ne? Wächterinnen deines Servers den legendären Gefährten Slipenords. Happy Halloween! Ja, das Doofe ist, dass mein Gefährte sich momentan in seinem Ei befindet. Das ist natürlich echt blöd. So, jetzt weiß ich aber gerade nicht. Gefährtenshop war das, ne? Ich müsste dann doch gerade so einen Inkubator erstmal kaufen, um meinen Gefährten dann... in 4 Stunden 30 zum Schlüpfen zu bringen. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Event. Ich werde erstmal sehr viele Knochensplitter sammeln oder was auch immer ich sammeln sollte. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal gemeinsam die nächsten Aufgaben an. Ciao, ciao, meine lieben Ananasien.